Edelhäuser Wertstoffe in Rotenburg auf der Taube bietet Ihnen umweltgerechte Entsorgungslösungen. Unsere Konzepte sind maßgeschneidert und kostengünstig. Die termingetreue Abwicklung Ihrer Entsorgungsaufträge ist für uns selbstverständlich. Die angelieferten Abfälle werden unter anderem in einer hochmodernen Schredderanlage zu Ersatzbrennstoff aufbereitet. Musik Musik Der blasfähige Brennstoff wird den Abnehmern, zum Beispiel Zementwerken und Großfeuerungsanlagen bedarfsgerecht zur Verfügung gestellt. Musik Ein großer Teil der von uns erfassten Stoffe wird zu Stoffströmen gebündelt und gelangt zurück in einen umwelt- und ressourcenschonenden Stoffkreislauf. Musik Unser gut ausgebildetes Mitarbeiterteam und eine leistungsstarke Organisation gewährleistet, dass jeder Auftrag zu Ihrer Zufriedenheit erfüllt wird. Musik Unser Dienstleistungsangebot umfasst alle Bereiche der kommunalen und industriellen Entsorgung. Musik Edelhäuser Wertstoffe Ihr kompetenter Entsorgungspartner Musik 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 Musik